In jeder Geschichte gibt es das, was man sieht, und das, was verborgen ist. Das gilt insbesondere für Geschichten aus dem Krieg. US, kanadische und britische Truppen landen an der sizilianischen Südküste. Jeder außer einem verfluchten Narren wird auf Sizilien kommen. Hitler wird glauben müssen, dass unser nächstes Ziel Griechenland ist. Dann müssen wir ihm einen Beweis liefern. Einen fingierten natürlich. Nun, ich würde sagen, wir fangen mit dem einfachen Teil an und versuchen, eine Leiche aufzutreiben. Eine wahre Pracht. Verdammter Mist! Wie wär's dann? Vielleicht mit einem lebendigen Gesicht? Das ist mein bekannter Sergeant Roger Dearborn. Jean meinte, Sie wollten mit mir sprechen? Und fangen an mit... Mit einem echten Namen. Dann kommen die Deutschen beim Durchsehen der Marinelisten nicht so schnell auf. Major William Martin. Es muss eine Liebesgeschichte geben. Sie fragen mich, ob ich Ihnen helfe? Teil einer bedeutenden Operation. Operation Trojanisches Pferd. Sie wurde umbenannt. Etwas weniger offensichtlich. Operation Mintz-Smith. Wir platzieren eine Wimper in die Faltung. Ist sie bei Rückgabe fort? Zeigt auch das, dass er gelesen wurde. Wir werden die gefälschten Dokumente schnell verschieben müssen. Mithilfe zweier zentraler deutscher Kundschafter. Was passiert, wenn die Tinte abwäscht, während der Brief auf den Wellen trägt? Dann benutzen Sie wasserfeste Tinte. Nur der Vorher zu ertrinken schreibt mit wasserfester Tinte. Ja. Zieh Sie alle Kräfte zusammen. Die Arbeit an Mintz-Miet beginnt unverzüglich. Für Major Martin. Für den Erfolg unserer Mission. Für die, die wir lieben. Bis die Würfel gefallen sind. Und es kein Zurück mehr gibt.